Ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich sage, Lithium wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einer der bedeutendsten Rohstoffe dieses Jahrzehnts und weit darüber hinaus werden oder bleiben. Denn Lithium steht ja schon heute im Fokus, es ist kein Zukunftsthema, sondern das passiert jetzt. Vor allem die Elektrifizierung der globalen Pkw-Flotte wird nach vielen Prognosen dazu führen, dass die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Lithiummarkt immer weiter auseinanderklafft. Im Jahr 2040 könnte es dann ein Lithiumdefizit von 3,3 Millionen Tonnen geben. Also 3,3 Millionen Tonnen weniger Produktion, als tatsächlich in der Wirtschaft gebraucht wird. Und dieses Defizit kann dann auch nur teilweise durch Recycling gedeckt werden. Das heißt, die Entwicklung bleibt definitiv angespannt. Diese Entwicklung schlägt sich natürlich auch im Lithiumpreis nieder. Wir sehen hier eine Verzehnfachung des Lithiumpreises innerhalb der letzten zwei Jahre. Und Lithium ist einer der wenigen Rohstoffe, die jetzt gerade stabil hohe Preise aufweisen, während ja viele andere Rohstoffe gerade in sich zusammenfallen, angesichts einer potenziellen globalen Rezession. Anleger scheinen aber bisher jedenfalls darauf zu spekulieren, dass die Lithiumnachfrage, eben trotz der gerade sichtbaren weltweiten Probleme, dass diese Nachfrage nach Lithium keinen ernsthaften Schaden nehmen wird. Natürlich auch dank massiver staatlicher Subventionsprogramme, die gerade die Batteriezellproduktion, aber auch den Lithiumabbau fördern, zum Beispiel in den USA. Mit welcher Aktie versuche ich vom Lithiumgeschäft zu profitieren? Keine Sorge, ich nenne jetzt nicht Tesla, obwohl Tesla natürlich nach der neuesten Ankündigung, dass sie auch ins Lithiumgeschäft einsteigen, dass Tesla allein aufgrund der hohen Gewichtung in meinem Depot die wahrscheinlich wichtigste Lithiumaktie sein wird. Aber heute möchte ich über LAC sprechen. LAC steht für Lithium Americas Corp. Wie ihr wisst, ist Bildung der Schlüssel zur Verbesserung eurer potenziellen Rendite. Das Studium der Märkte, von Handelstechniken, das Lesen fundierter Analysen und was noch wichtiger ist, üben, üben, üben. Das ist jedenfalls immer meine Herangehensweise gewesen. Und das alles ist verfügbar auf Capital.com, einer intuitiven CFD-Handelsplattform, die ich empfehle. Schaut euch die positiven Bewertungen und Rezessionen an. Capital.com ist eine preisgekrönte CFD-Handelsplattform, die sowohl im Web als auch als App auf iOS und Android verfügbar ist. Du kannst ganz einfach CFDs auf Aktien, Rohstoffe, Devisen, Indizes und Kryptowährungen auf mehr als 6100 weltweit beliebten Märkten handeln. Du handelst immer ohne Gebühren, immer mit maximaler Transparenz der Kosten, sehr attraktiven Spreads und Null-Kommissionen. Ihr bekommt auch Zugang zu vielen Marktanalysen, Expertenartikeln und einer Investment-App mit vielen nützlichen Trading-Lektionen, die euch helfen können, eure Fähigkeiten zu verbessern. Ihr wisst, wir befinden uns immer noch in einem Bärenmarkt. Insbesondere Kryptowährungen, wie hier zum Beispiel Ethereum, sind stark gefallen. Das Gute daran ist, mit CFDs kann man in beide Richtungen handeln. So profitierst du potenziell auch von fallenden Märkten. Das Risiko, Verluste zu erleiden, sollte aber nicht vergessen werden. Und wenn du gerade erst anfängst zu traden, bietet Capital.com ein Demokonto, mit dem du deine Fähigkeiten verbessern kannst, ohne ein Risiko einzugehen. Die Registrierung bei Capital.com dauert nur ein paar Minuten und die Mindesteinzahlung beträgt 20 Euro per Kreditkarte oder 250 Euro per Banküberweisung. Testet Capital.com über den Link unter diesem Video. Denkt daran, dass die Performance in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist und dass CFDs komplexe Instrumente sind, die ein hohes Risiko bergen, dein Geld zu verlieren. Im 100x Musterdepot, das ist öffentlich einsehbar, ist die Aktie derzeit mit 3,5% Gewichtung. Auf jeden Fall ein wichtiger Teil meiner strategischen Überlegungen. Und sollte sich das Chancen-Risikoprofil der Aktie aus meiner Sicht weiter verbessern, dann wäre ich auch bereit, der Aktie einen noch prominenteren Platz in diesem Depot zu geben. Kommen wir erstmal zum großen Elefanten im Raum. Das Offensichtliche zuerst. LAC ist ein Prä-Umsatz-Unternehmen. Das heißt, es fließen noch keine nennenswerten Umsätze. Das Unternehmen ist darauf angewiesen, dass Aktionäre verwässert werden, um damit Kapital zu beschaffen, um eben damit dann eine sehr überzeugende Chance zu verfolgen. Also schauen wir uns die Verwässerung kurz an. LAC hat das Jahr 2020 mit 92 Millionen ausstehenden Aktien beendet. Die jüngsten Ergebnisse Q2-22 weisen auf 135 Millionen ausstehenden Aktien an. Das bedeutet eine Verwässerung der Aktionäre um sage und schreibe 47% und das in nur 18 Monaten. Wenn man jedoch bedenkt, dass der Aktienkurs von LAC im gleichen Zeitraum um mehr als 700% gestiegen ist, dann sollten die meisten Anleger wirklich keinen guten Grund zur Beschwerde haben, trotz dieser hohen Verwässerung. Und Anleger haben Grund zur Hoffnung, dass die Aktie sich bald von einer guten Geschichte zu echten Umsätzen und steigenden Gewinnen entwickelt. Die Geschichte von LAC entwickelt sich um zwei Standorte, zwei sehr große und wichtige Projekte. Eines in Argentinien und ein Projekt in den USA. Das Management von LAC ist der Ansicht, dass diese beiden Projekte in Argentinien und den USA kurz vor der Fertigstellung stehen. In den USA heißt dieses Projekt Thacker Pass und es ist die größte bekannte Lithium-Lagerstätte in den gesamten USA und eine der größten der gesamten Welt. Bei voller Kapazität würde die Mine 66.000 Tonnen pro Jahr produzieren, was tatsächlich 25% des derzeitigen weltweiten Lithiumbedarfs entsprechen würde. 66.000 Tonnen pro Jahr, das ist eine Vervierfachung der durchschnittlichen Fördermenge von anderen Minen. Diese Fördermenge soll über 46 Jahre aufrechterhalten werden können, während durchschnittliche Minen nur 16 Jahre lang profitabel betrieben werden. Ihr seht also, um welche Dimensionen es hier geht. Das ist nicht irgendeine kleine Lithiumbude, sondern hier sollen die größten Lithiumvorkommen der Welt angezapft werden und das über viele Jahrzehnte. Aber reden wir jetzt mal über das Thema Profitabilität. Bei dem Projekt in Argentinien wird mit Betriebskosten von 3.500 Dollar pro Tonne produziertem Lithiumcarbonat gerechnet, während bei Thacker Pass in den USA mit Kosten von 2.500 Dollar pro Tonne gerechnet wird. Bei derzeitigen Marktpreisen von über 70.000 Dollar pro Tonne bleibt hier viel Luft für eine sehr großzügige Gewinnmarge, selbst falls die Lithiumpreise sich vom heutigen Niveau halbieren und dann nochmal halbieren würden. Aber das könnt ihr euch vorstellen, ein solch riesiges Projekt stößt auf Widerstand in Form von Klagen. Viele Klagen wurden zugunsten von LAC entschieden, aber ein weiteres Gerichtsverfahren ist noch anhängig und noch nicht entschieden. Das rechtliche Risiko ist für einen Laien wie mich kaum zu durchschauen und somit verdient die Aktie auf jeden Fall eine höhere Risikoprämie. Das vielleicht als negativer Punkt. Und als positiver Punkt, als risikomindernd ist vielleicht der Fakt ganz wichtig, dass Gan Feng, das ist Chinas größter Lithiumproduzent, sich bei LAC eingekauft hat mit 10% Beteiligung. Warum ist es risikomindernd, dass Gan Feng hier einsteigt? Naja, weil die Beteiligung dazu führt, dass Expertise und Erfahrung transferiert werden. Andererseits führt das natürlich dazu, dass in meinem Bewertungsmodell für die Aktie nicht alle Umsätze zu 100% LAC zugerechnet werden. Der wichtigste Treiber für diese Bewertungsmodelle ist natürlich der Lithiumpreis. In meinem Modell gehe ich davon aus, dass der Lithiumpreis im nächsten Jahr, 2023, seinen Höhepunkt erreicht, leicht über dem aktuellen Niveau und dass der Lithiumpreis dann drastisch nach unten korrigiert, zurück auf 30.000 Dollar im Jahr 2028, wenn Recycling einen immer größeren Anteil des Angebots auf dem Markt ausmacht. Des Weiteren gehe ich davon aus, dass das KGV, das Kursgewinnverhältnis von LAC, mit dem Anstieg der Fördermenge fällt. Also je etablierter das Unternehmen ist, je tiefer muss das KGV für diese Aktie fallen. Dazu schaue ich mir die Bewertung anderer Minen an, die bereits heute produzieren und profitabel produzieren und wende das durchschnittliche KGV von 19 auf LACs Gewinne in der Zukunft an. Und so lande ich in meinem Basisszenario, das heißt das aus meiner Sicht realistischste Szenario, keine Anlageberatung, könnte auch komplett falsch sein, in diesem Szenario mit fallenden Lithiumpreisen bei einem Kursanstieg der Aktie von LAC von 25% pro Jahr über die nächsten 4 bis 5 Jahre. 14 Wall Street Analysten bewerten derzeit die Aktie, davon sagen 8 Strong Buy, also starke Kaufempfehlungen. 4 sagen Buy, 2 sagen Hold. Das durchschnittliche Preisziel der Analysten liegt bei 42 Dollar in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Aber nicht nur von einem potenziellen Kursanstieg würde ich profitieren. Der freie Cashflow des Unternehmens, das ist ein weiteres großes Potenzial für eine Quelle von Investorenvorteilen. Wenn Lithium America alle seine Schulden tilgt, bleiben am Ende zwei große, ertragsstarke Aktiva übrig und da es dann keine Verbindlichkeiten mehr gibt, um die man sich kümmern muss, kann das Unternehmen damit beginnen, einen Großteil dieser Cashreserven zurück an die Aktionäre zu geben. Ich persönlich, das ist meine Meinung, um die steuerlichen Effekte zu vermeiden, würde ich persönlich die Dividende nicht so gern sehen, wie zum Beispiel Aktienrückkäufe. Aber darüber können wir sprechen, wenn es soweit ist in einigen Jahren. Vergesst bitte nicht die Risiken in dieser Aktie, vor allem das rechtliche Risiko, das eines oder mehrere Projekte scheitern lässt und die Bewertungsgrundlage für die Aktie komplett zurückgesetzt werden würde. Vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt doch mal bitte eure Lieblings Lithium Aktie in die Kommentare, vielleicht als Inspiration für ein nächstes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.